ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe mir vorgenommen öfter die Standalone zu spielen Oh, hier ist eine Spinnen am Tag Komm her, komm her, komm her Tod bist du Was hat sich jetzt genau geändert? Wir verbrauchen wahrscheinlich mehr Essen Die Gegner halten mehr aus Und Die Gegner kommen in totes Romming Ja Ich sage, ich habe noch nie netter Draften besiegt Ich habe aber einmal gesehen, wie man den besiegt Ich habe von ungespielten Video geguckt Wo ich eigentlich gar kein Minecraft gucke Eigentlich gar nicht so schwer Hier, ich bin gefangen im Boden Wollen wir unser Haus aus Holz bauen Also aus Holzpaletten Oder aus den Holz Dingsbumsen Also aus den Baumstämmen Oder aus Holzplanken Die Frage ist, ist das nur ein provisorisches Haus? Ich weiß nicht Ich denke schon Sonst müssen wir ja schon mal anfangen den Berg aus zu heben und so Dann ist es eigentlich das, was am schnellsten geht zum Fall Also das Holzplanken Wäre Lohnzirte, ja Ich habe einen Apfel gefunden Ich meine im Ende Kann man ja dann die Holzstämme auch wieder abbauen Also es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn ihr die Holzstämme benutzt Ja, man braucht einfach nur viermal so viel Oh, ich bin schon ein cooles Haus Ich bin schon ein cooles Haus Mir ist sogar was eingefallen, was man mitmachen könnte Okay Ich kann hier eh das ganze Glas mitnehmen Wir brauchen ja noch ein paar Seeds, wenn ich das richtig gesehen habe Okay ist denn das große Glas da Da ist zwischenzeitlich immer so ein großes Also ein hohes Glas Das ist einfach wie ein längere Ort gewachsen ist Genau, es hat nur rein optische Zwickle Okay Ja, dann haben wir hier eigentlich jetzt Weil sie auch nie die einladen können Die Bäumlinge, Knochen, Spinnenwehen Die Blümchen werden wir gleich benutzen Ach, es gibt sogar Ach, es gibt Birken und Oaks Was waren Oaks nochmal für Bäume? Oaks Also wahrscheinlich die normale Eiche Matz hat den hässlichsten Eingang gemacht Den man für sich in einer Mine nur vorstellen kann Versuchen wir mal ein bisschen hier zu schmecken Hinten ist Lava Brauchen wir Lava für irgendwas? Noch nicht, oder? Naja, wir können höchstens ein Ender-Portal, also ein Nether-Portal eingießen Ja, aber das wird es ja noch nicht Nö, tut jetzt nicht Verzauberungstisch könnten wir, aber das Obsidian müssen wir eh abbauen Dafür brauchen wir erstmal Diamanten Von daher, ne, gerade nicht Gegebenenfalls könnten wir es ersatzweise für Kohle nutzen, ne? Also dann einmal Lava in den Ofen stecken Ich habe das unsymmetrischste Gebot, was man nur bauen kann Aber ich habe jetzt wieder eine coole Idee bekommen Ich brauche ganz viel Dirt Das heißt, also wir werden das hier jetzt doch wieder Was wir letztes Mal da gelassen haben, wir haben alles abgefahren Ich werde jetzt mit diesem Berg vermischen, aber der See, der bleibt da Ich springe in den Wasser voll Seid ihr beide am Klamm, oder? Ah ne, du bist hinter uns Hinter uns? Oho Ich habe auch noch 4 Seeds, ich habe auch noch noch für uns Ja, das ist ein paar fehlen dann noch Ich glaube 4, 5, 6 fehlen dann noch Zwei Stück Ich glaube, der Blumpte wird gerade Ich bin so nicht lieb Ich glaube, da fehlen noch ein paar Blumen über den Die sind nicht hübsch Oh man, sind die Ich habe mal gehört, jedes Mal wenn ein Mann mit Blumen ankommt Dann hat er irgendeine Scheiße gewollt Ja, Kevin, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Äh, 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 ich muss mal einen BC Swing bringen Blumen oder Schmuck? Ich bin unschuldig, ich schwörs Das Loch war vorher schon da Ich habe nichts in die Luft gejagt Oh, das ist so ein kleiner Swingpool Nachher Mh, mach mal Ja Das sieht echt aus wie Gravel zum Teil, ne? Diese Steine Ja Wie, wie war das mit Zombies? Wie viel Platz benötigen die, um zu spawnen? Äh, jetzt Hm, ich glaub Zwei War Also, früher Früher war das so, dass die Deckenhöhe 3 brachten, ich glaub mittlerweile reicht Deckenhöhe 2 Und ein bestimmtes Lichtlevel also niedrig Also wenig Leute, ich glaub acht Oder so Oder so Die Steine sind echt hässlich, muss man schon sagen Die sind wirklich alles andere, alles schön Das wird also eine kleine Höhle sein, muss ich jetzt hören Das wird sozusagen ein kleiner Tunnel vom Haus sein Hintertunnel Wo man dann so heimlich einen kleinen Swimmingpool hat Hintertunnel Oh mein Gott Oh mein Gott Stimmst du? Äh, ich hab grad nen Zauberer gefunden, der mich mit Fläschchen bewirft Der Erste, der Erste, der stirbt, der muss irgendwas machen Dürfen dann die Zuschauer suchen, der bekommt dann Bestraften Gilt auch Nachhilfe? Nee, seid ihr sofort verstanden Was, ich hab Diamanten gefunden? Nein, das Diamantenschwert war schon vorher da Aua, aua, hör auf mich damit zu schlagen Naja, bin mal gespannt ob das jetzt geklappt hat mit der Serverumstellung Ob wir jetzt gleich ein bisschen mehr Party haben Fände ich jedenfalls cool Ein bisschen Gegner wäre ja dann doch schon schön, ne? Und gucken ob ich dann einen Zombie-Train für dich finde, den ich dir dann vorbeibringen kann Ich bau dich ein, mit dem Zombie-Train Zäun ihn einfach ein, dann kommt er nicht mehr auf Guck mal, wir beschmeißen Muka mal mit nem Ei, was ist er denn? Da Tjo Okay, mir ist glatt was eingefallen Das, was ich glatt gebaut hab, war absolut sinnlos, weil das Ganze muss ich ja mal abplanen Und dann verstehe ich, was Muka gemeint hat mit Er baut immer und dann hat er ne bessere Idee Ne, das war eigentlich die Idee, die Ursprungsidee von Anfang an Okay Ich hab das mal mit dem Holz umgerutscht Ich hab da mal das ganze Holz reingetan, vorerst Jetzt werde ich mir eben noch paar Schaufeln mehr machen Die werden mich gleich bestimmt kaputt gehen 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, ähm Da, Cobblestone Zack 4 Schaufeln sollten reichen, um den Berg abzutragen Weil damals war Minecraft da einfach so viel Bock Also macht jetzt ja immer noch Bock, ne? Aber damals, wo es rausgekommen ist, da gab es ja noch solche Survival-Spiele nicht Minecraft hat ja so, kann man eigentlich sagen, so Nicht der Gründer der Survival-Spiele, aber so der Durchdruck der Survival-Spiele Und das ist halt mega geil, weil da hat man so ein unendliches Ziel Und man ist jetzt so wie bei Bei, bei, ich weiß noch, bei Splinter Cell man spielt so Hat es durchgespielt und dann ist fertig Sondern man spielt wirklich so lange, solange man Bock hat Und man hat einfach unendlich, weil es sehr viele Sachen zu machen gibt Ja, weil es immer noch abgadet wird, wie man sieht Und immer wieder was Neues dazu kommt Genau, jetzt wird ja auch mal geupgradet Oha, ich werde beschossen Oh Gott, hier ist ein kleiner Hey, hier ist ein Zombie-Huhn Ja, aber Was ist denn bitte ein Zombie-Huhn Mensch, hier, guck mal, da ist ein Zombie-Huhn Der hat, der ist mit einem Huhn auf mich zugelaufen Und dann Hatte der auf einmal nur noch das Fleisch vom Huhn Ich glaube, wir leuchten das mal eben hier kurz aus Da kommen schon wieder ein paar Oh Gott, oh, da kommen jetzt echt viele Zombies Ich weiß gar nicht, wo die herkommen Hast du die gefunden? Die sind auch ziemlich schwach, ne? War das nicht mal so, dass die mega stark sind? Ja, Einzünder sind nicht stark Oh Gott, warum auf mich? Ich bin in Ruhe Aua Lockst du zu Mucke Ja, tu ich ja Ist der schon dabei Ja, die Zombies, die wissen, dass ich besser bin Au! Ich sterbe es fast Nein, ich bin in meine Fallgrube gefallen Ne, wir bauen ihn ein Okay, wir bauen ihn ein Ey, das ist ja cool Das ist ein Zombie mit einer Lederdüstung Ach, den muss ich haben Vielleicht droppt gerne eine Lederdüstung für mich Ne, der hat leider nichts gedroppt Der hat ein Zombie Kann man aus den Zombie-Brains inzwischen etwas machen? Ne, die kannst du essen Ja, aber dann ist man mit sehr viel Glück vergiftet Ja, blöd Cool, die droppen ja auch mal Eisen Wohl wahr Das find ich cool gemacht Iron Angle Das bedeutet also Wenn man jetzt so im Sky Wie nennt sich diese Sky-Maps spielt, dass man selbst da Eisen hat ohne dass man Eisen abbauen kann Ich hab noch nie so ein Sky-Maps gespielt Da versuchte jeder einen Creeper zu mir zu locken Das war gar nicht so schlecht, wenn der Creeper hier ankommt Eben drum Der will gar nicht explodieren Und Kevin versucht mich hinterhältlich in den Creeper reinzuschubsen Und du darfst auch nicht die ganze Zeit drauf haben Ja, aber der macht ja normalerweise so Ja, aber nicht wenn du ihn wieder wegkaufst Ich bin einfach zu gut wie ein Creeper Muss halt nah genug dran sein Was benötige ich nochmal um TNT zu bauen? Ähm, Wand Fünf, äh Gunpowder Und vier Sand Na guck mal Das war doch schon mal ganz gut Ja, ich auch Kontrollierte Sprengungen Das sieht man Ja, selbst die Creeper, die helfen uns Die sind auf unserer Seite Die sind gar nicht so böse wie sie ausschauen Die sehen sogar nicht böse aus Oh Mann, das wird echt lange so ein Bär wegzutragen Guck mal Wo ist denn jetzt geboren? Na Also, liebe Zuschauer Er hat den Creeper genau in mich dahingeschubst, ey Dann dürft ihr euch jetzt mal eine nette Bestrafung unseren lieben Mucke aussuchen Genau Einfach mal in die Kommentare und Kevin und ich suchen uns dann das Gemeinste und Fieseste aus, würd ich sagen Sehr gut Ach Hehehe War auch mittlerweile der vierte oder fünfte Creeper, den ich da hingeloggt hab Der war aber auch richtig mies Die Axt braucht man, glaub ich Ah, jetzt darf ich wieder alle so Jaaaa Hehehehe Mission accomplished Hehehehe So, das kommt da hin, das kommt da hin, das kommt da hin, das brauche ich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal